Liebe Wolfsburgerinnen, liebe Wolfsburger, liebe Mitmenschen! Wir sind heute hier zusammengekommen aus der Altmark im Ökodorf Siebenlinden, um feierlich diese Bushaltestelle der Linie 300 in die Altmark nach Salzwede, ins Ökodorf Siebenlinden zu eröffnen. Wir fordern eine Stadt für alle, statt eine Stadt für Autos und danken allen Menschen, die jetzt schon an der Verkehrswende teilhaben, allen BusfahrerInnen und allen Verkehrsbetrieben. Amen! Die Party ist eröffnet! Die Party ist eröffnet! Die Party ist eröffnet! Die Party ist eröffnet! Vielen Dank.